Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Ich klinge wahrscheinlich ein wenig verschnupft, weil ich das auch bin, aber alles super Leute, keine Sorge. Bisschen die Nase zu, aber sonst ist alles super duper. Die Patch ist dann rausgekommen und da sind ein paar sehr, sehr spannende Dinge drin, über die ich reden möchte. Der Patch, können wir direkt am Anfang sagen, wird voraussichtlich am Montag kommen. Kann sich natürlich auch nochmal verschieben, aber die erste Info, die wir bekommen hatten auf Twitter, war, dass der Patch am Montag erscheinen soll. Es kann aber auch gut sein, dass er erst am Dienstag kommt, so wie es ja normalerweise auch üblich ist. In den Patch Notes wurde als allererstes mal die Potion angepasst. Die war ja bislang eher so ein bisschen irrelevant, die wurde extrem erhöht. Insgesamt kann man über das ganze Update sagen, über das ganze Balance Update, dass es fast nur Buffs gibt. Also ich glaube 99% der Balance Änderungen sind alles Buffs. Auch ein WW, Dust Devil wurde gebufft, Rogue wurde gebufft, Druide wurde gebufft, alle wurden gebufft. Es gibt nur ganz, ganz wenig Nerves. Ich habe hier aktuell die Patch Notes auf Englisch. Ich werde euch aber versuchen, die Deutschen unten in die Videoschreibung rein zu verlinken, falls ihr das ganze selber einmal nachlesen wollt. Aber ich werde hier auch einmal durch die interessantesten Sachen durchgehen. Und da würde ich sagen, das Interessanteste, wo ich direkt drauf eingehen will, ist, dass die Uber-Unics angepasst wurden. Eine Sache, die so bis auf das Herz von Selig noch nie passiert ist. Herz von Selig, ihr erinnert euch, war das einzige und erste Uber-Unic, wo mal was dran geändert wurde. Das war glaube ich in Season 2 mit dem Schlachthaus. Und jetzt kriegen auch Tyrael's Macht, Ring der Sternlosen Himmel, der Doonie und auch Andarids Visage einen Buff. Andarids Visage, das konnte man sich schon denken, weil das echt wenig genutzt wurde. Hat im Vergleich gerade zu Harlekens Krone fast niemand benutzt. Da ist jetzt so, dass die Poison Nova nicht mehr vom Spieler ausgeht. Das war ja gerade beim Rogue eher so ein bisschen renundant, vor allem bei Fernkämpfer Rogue. Da gibt es auch gleich nochmal eine Synergie mit dem Fernkämpfer Rogue. Und ja, die Poison Nova spawnt jetzt bei Gegnern und nicht mehr bei einem selber. Und der Schaden wurde um 50% erhöht. Könnte also gerade für den Rogue wieder eine sehr coole Alternative werden. Der Du-Bringer, die Schatten-Explosion wurde um 100% erhöht, das ist richtig krass. Sternloser Himmelring kriegt einen Stack mehr. Das heißt auf 40% mehr Damage und 40% mehr Kostenreduktion werden 50. Das wird auch richtig krass. Und Tyra Ilse macht die Vine Barrage, also diese Spitzen, die man so wegschießt, die machen jetzt 100% mehr Schaden. Ist aber ehrlich gesagt nicht die Rede wert. Das habe ich da gemacht, vielleicht ein paar hunderttausend, wenn das jetzt zwei, drei hunderttausend sein wird. Ja, das ist nicht so krass, aber ganz schön zu haben. Hier brauche ich mal eure Hilfe, da weiß ich nicht ganz genau, was es bedeutet. Stat Requirements für Nicht-Main-Stats wurden reduziert von 90 auf 60 per Paragon Board. Ich habe es mir hier ein paar Mal durchgelesen. Ich habe es nicht gecheckt, was das bedeuten soll, was ihr damit meint. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, bin ich sehr gespannt, was das hier bedeutet mit den Paragon Board und den Stat Requirements. So, und dann kommen wir zu den krassen Buffs. Da will ich nicht auf alles eingehen, weil das wirklich eine lange Liste ist. Wie gesagt, das ist alles unten verlinkt. Aber es gibt ein paar Sachen, die da sehr, sehr interessant sind. Erstmal wurde Wirbelwind erhöht um 15%. Und das ist schon ziemlich krass, weil Wirbelwind, ihr kennt das in meinem Bild, den ich euch gezeigt habe, damit glaube ich aktuell locker 100er Pits und 200er Bosse, alles gar kein Problem. Und hier wurde der Wirbelwind an sich mal um 15% erhöht. Und was auch noch spannend ist, ist, dass der Dust Devil an sich erhöht wurde. Dust Devil Aspect, Damage increased by 100%. Ja, der Chaumtoffel hat ja sowieso schon ultra viel Schaden gemacht. Also ich will gar nicht wissen, wie extrem krass das sein wird, wenn der Patch dann draußen ist am Montag. Da bin ich sehr gespannt. Druide, das wird etwas sein, was ich auf jeden Fall ausprobieren werde. Und zwar Pulverisieren Schaden wurde um 76% erhöht. Könnte also über 10 Millionen kommen. Und Raging Pulverize wurde auch geändert. Vorher war es ja so, dass Gegner, die über-overpowered wurden mit Pulverisieren 3 Sekunden gestunt waren. Und jetzt ist es so, dass Pulverisieren 30% erhöhten Überwältigungsschaden macht und die Gegner gestunt werden. Also sehr, sehr krass. Nature's Reach, eine Passive, die sehr oft genutzt wurde, auch beim Pulverisieren, die da auch mit einher geht. Von 3, 6, 9 auf 15, 15%. Und es gibt ein Amulett mit Greater Arfix. GG an den Typen, dem ich den verkauft habe. Greater Arfix, Nature's Reach, hat 3 Ränge. Da machst du ja noch 2 Crits drauf. Dann hast du hier nicht 15%, sondern 40, 45%. Kann richtig, richtig krass werden. Und was auch noch damit einher geht, die Dominieren-Glüfe, der Bonus von Overpower wurde von 12 auf 15% erhöht. Und ich sage es euch, ich weiß ganz genau, was ich am Montag bauen werde oder vielleicht sogar morgen schon im Stream. Der Pulverisierendruide ist aber mal sowas von bag. Ich glaube, dass der immer noch Probleme haben wird bei Boston, aber der wird auf jeden Fall mal einen richtig schönen A-Rang bekommen. Beim Necromancer muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich aktuell diese Season nicht so tief drin. Schaut euch das am besten einmal selber an. Ich sehe hier gerade Blood Golem, Sacrifice Upgrade, Max Life, Increase von 10 auf 15%. Durchweg wurde alles eigentlich increased. Da könnt ihr ja selber mal durchgehen beim Necro, bevor ich irgendwas Falsches erzähle. Schaut da am besten einmal selber rein. Und jetzt kommen wir zum Jäger und da gibt es auch noch eine Sache, die auch mit Andariels Antlitz mit einhergeht. Was habe ich hier gesehen? Es gibt eine Passive hier von dem legendären Aspekt, Umbrus Aspekt. Das ist ja der, wenn ihr mit einem Präzisions, mit einem Marksman-Skill einen Gegner trefft, habt ihr ein Lucky Hit, dass euch ein dunkler Schleier gewährt wird. Und das ist jetzt nicht mehr auf Marksman-Skills reduziert, sondern auf alle Skills. Also irgendein Crit mit irgendeiner Attacke hat eine Lucky Hit Chance, euch einen dunklen Schleier zu geben. Das wird alle anderen Builds übelst boosten und das ist richtig, richtig krass. Und wenn man jetzt zum Beispiel damit zum Beispiel auch Andariels Antlitz spielt, der ja nicht unbedingt nur mit Marksman-Skills gespielt wird. Also eine sehr coole Sache. Dann wurden hier auch noch Unix wieder geändert. Ice in the Dark wird ja aktuell gar nicht gespielt. Und die Saboteur, ich glaube es sind Schuhe, Granatenschaden wurden auf 50% erhöht. Ist ehrlich gesagt nicht ganz so spannend. Und bei Magier, da wurde auch so viel geupgradet. Das krasseste finde ich eigentlich Glasscan. Den Schaden, den man bekommt, wurde reduziert. Das heißt Glasscan ist jetzt nur noch eine halbe Glasscan. Also von 9% auf 6%. Das ist schon mal eine krasse Reduzierung. Und durchweg muss man sagen, da wurde so viel hier einfach geupackt. Also Vios, Marcery, Esos, Ferocity, Crit Chance von 5 auf 10% erhöht. Hier wurde durchweg im Prinzip alles erhöht. 4 Unix wurden angepasst und erhöht. Damage Penalty Reduced bei den Handschuhen von 35% auf 30% zu 20%. Start des Endlosen Zorns Bonus erhöht von 40% zu 60% auf 50% zu 70%. Esadoras Overflowing Cameo, das ist dieses Amulett. Das habe ich auch sehr gerne genutzt in Season 2. Wurde auch der Charme von 50% auf 60% erhöht. Und Flamescar, das ist der Flammtotstab, meine ich. Ambers Damage increased um 35%. Also ja, ihr seht schon. Im Prinzip wurde jede Klasse nochmal extrem gewafft in den verschiedenen Builds. Sehr, sehr geil. Dann eine krasse Sache. Alle gequälten Bosse wurde das Leben um 30% reduziert. Das ist extrem krass. Ist für mich jetzt im End-End-Endgame nicht mehr so spannend. Aber ich erinnere mich zurück an mich vor einem Monat. Mein erstes Video zu den gequälten Bossen war, ey, die Bosse sind viel zu schwer. Und damals habe ich es auch total gefühlt. Gerade wenn du gerade Level 100 bist. Gerade dein Gear auf Level 4 hast. Noch nicht extrem krass geupgradet bist. Aber du bist ja Level 100. Hast deine Glyphen hoch. Hast aber noch nicht den Build so perfekt. Da war das schon tough, die Bosse zu besiegen. Gerade an Dariel ist das schon schwierig gewesen. Und Ice Beast. Und da finde ich es eigentlich ganz cool für die Masse gesehen, dass das Leben um 30% reduziert wurde. Jetzt so insgesamt im End-Endgame-Build, wo ich bin und die Community, ist es natürlich nicht so spannend. Aber ich meine, macht so einen großen Unterschied. Ich habe heute im Stream Dureal auch gefirst-cycled. Einen gequälten Dureal gefirst-cycled. Der hat 1,6 Milliarden. Das heißt, bevor der abgehauen ist, haben wir den zerschnitzelt. Das ist schon sehr, sehr krass. Und ob der jetzt 30% weniger Leben hat, ist dann auch egal. Gerade aber für die Casuals unter euch eine sehr, sehr coole Sache. Und ich finde die auch allgemein ganz gut. Dasselbe gilt auch für den Pit. Ist eine Sache, die ich mir sehr gewünscht habe. Dass der Pit leichter wird für alle bis Stufe 60 bzw. bis 61. Damit alle wirklich die Chance haben, an die Schmiedematerialien zu kommen. Später hin, so ab 100, da darf es ruhig so schwer bleiben, wie es ist. Das ist für alle Casuals und auch für mich irrelevant. Das ist super für alle, die sich da messen wollen. Aber ich finde gerade so der erste Bereich, der sollte schon für alle irgendwie spielbar sein. Finde ich eine super Änderung, dass da auch jeder mit reingucken kann. Bugfixes gibt auch noch eine wichtige Sache. Holy Bold Elixier, der falsch berechnet wurde, wenn der ausgelöst wurde von einem Pet, wurde jetzt gefixt. Und auch, dass das Pet, was neu dazu gekommen ist, nicht als weiterer Lakai gilt, wurde auch gefixt. Und ja, das war es im Prinzip. Sehr, sehr viele Buffs, extrem viele Buffs. Ich glaube, also die Nerves kann man an einer Hand abzählen. Gute Bugfixes, gute Änderungen an den Uber Unix. Also Sternloser Himmelring, krass. Pulverisieren, krass. Hübelwind, krass. Jäger Änderungen, krass. Also insgesamt alles super. Eine Sache, die ich extrem vermisse. Härtung. Wir haben keine Änderung zur Härtung. Kein Wort zur Härtung. Ich hoffe, hoffe, hoffe sehr, dass noch was zur Härtung kommt. Ähm, ja. Aber schreibt mir gerne eure Meinung zu diesem Patch-Notes. Und in die Kommentare bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Meiner Meinung nach sehr coole Buffs. Sehr coole Änderungen für den Mid-Season-4-Patch. Und dann wird ja auch noch mal ganz spannend. Nächste Woche Freitag gibt es ja dann den Campfire-Chat zum PTA für Season 5. Wo dann auch diese Änderungen schon drin sein werden. Und da bin ich sehr gespannt, wann der PTA an den Start geht. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen. Würde mich sehr freuen. Und ansonsten natürlich wie immer über ein Like auf das Video. Und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Haut rein.